Okay, dann wollen wir mal. Ah, ich bin wieder in deinem Team jetzt. Aber wir sind beide bei Russland. Oh Gott. Egal, immerhin sterben wir zusammen. Immerhin sterben wir dann zusammen, okay. Ja, hey, man kann am Anfang immerhin ein paar Punkte machen, ne? Ja. Wobei, ich bin ja nicht dabei, ich bin noch 3000 Kilometer weit weg. Ah, hier in dem Gebiet kenne ich mich aus, hier fühle ich mich wohl. Das ist der Teil, der in... Ah, ich kenne ihn. Und ein Deathmatch auch geht. So, an C wird jetzt gefightet, nehme ich an. Boah, shit. Wir greifen nicht an. Hehehehe. Ah, da läuft eine an. Jo. So, ein bisschen Feuer. Wer hieß, mich fast selber umsingt. Scheiß. Ist das bitter. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Du stehst halt mitten im Durchgang, gell? Ja. Boah, man sieht gar nichts mehr, ey. Ich geh wieder zurück. Man sieht halt echt nichts. Nein, sie kommt von der Seite. Ah, immerhin einen hab ich erwischt, aber ich hätte unbedingt beide erwischen müssen. Boah, D ist umkämpft. Geh mal zu D, wenn du irgendwann Zeit hast. So zwischendurch. Ah, du willst sehen. Okay, hat sich erledigt. So, ein bisschen mehr Platz zum Durchbauen. Okay, ich lache jetzt hier durch. Hä? Ich hab die ganze Zeit auf ihn geschossen. Wie süß da niemand. Was soll denn der Scheiß jetzt? Na egal. Boah, der kommt um die Ecke. Ich hab ihn gar nicht gesehen. So ein Scheiß aber auch. Aber hey, noch werden wir nicht gebase-raped von nachher. Ich weiß nicht schon mal was. Ist schon mal lövlich. Uh, der... Was hätte weh tun können. Okay, hier ist niemand. Hier ist auch nicht. Hier ist überall niemand. Denn den nächsten, den ich sehe, gleich bin ich wieder tot. Und es gehören sogar mehr Basen. Ja, bin wieder tot. So, ein Scheiß. Das war auch. Nein! Wieso reviveter bin ich hier? Geht glückert. Brauche ich Sanitäter aber nicht. Ich hätte so viel Glück immer beim Revived werden. Ich würde viel mehr hintereinander revive. Immer über den. Achso, deswegen ist deine Karte nicht so gut. Jetzt bist du wohl öfters revivet, ne? Also in jedem Spiel so. Was? Du bist so in jedem Spiel so hundertmal revived oder so. Ja. Boah, kommen da viele und ich latsche da einfach rein. Hahaha. Ich hätte mir einfach gedacht, okay, ich lauf da einfach mal. Egal. YOLO. Swag. Ey komm, was soll der Geiz? Holy shit. Oh, oh. Die kommen, gell? Mhm. Oh, oh. Die kommen, gell? Mhm. Die haben die Tür zugemacht da hinten. Ich habe nur 16, 15, 13 Schüsse. Okay, jetzt nicht lang lang. Dauert. Ich habe nur eine Weile. Oh shit, da war noch einer. Wir kommen da eh nicht durch. Das hätte ich jetzt schon zugemacht von daher. Okay, man sollte sich nicht auf eine geschlossene Tür... Schau mal, die kommen von der anderen Seite, die kommen von der anderen Seite. Also von hinter euch sozusagen. Alex, Alex hier, Medikit. Nein, ich geh mal kurz wieder runter, sonst kann man mich nicht mehr reviven. Oh shit, revivet nicht mehr jemand? Irgendwer? Geht nicht, ich bin kein Reviver. Oh shit. Irgendwer von den anderen? Ja, habt ihr vielleicht Lust? Nein? Nein? Nein, okay. Alles klar. Wunderlich. Mag euch trotzdem. Nee, ich... Egoistische Motherfucker. Wir kommen jetzt von da hinten wieder. Jetzt bitte einmal... Flammen rein. Oh shit, jetzt kommen sie wieder von da. Oh nee, Alter. Das ist jetzt ein Problem, wir kommen halt von zwei Seiten. Jetzt werden sie auf jeden Fall da einmal durchbrechen. Boah, der killt einfach alles. Boah, der killt einfach alles. Nee, da hinten geht die Post ab. Ich jump mal runter. Verpisst euch, verpisst euch, verpisst euch! Ich will da durch! Meine Fresse! Bitte! Bitte! Der Typ ist Hate My Life! Ja, doch. Oh! Oh mein Gott! Wer war dieser Retter? Nein! Fuck! Der kommt um die Ecke, ich habe schon mal zu viel hingeschmissen, er versteckt mir so okay, ich gehe nur noch 2 Meter nach hinten, damit sie mich nicht auch erwischt, ich hätte drauf drücken sollen. Scheiß drauf, wäre ich da auch drauf gegangen, aber egal wer er kennt. So ein Scheiß! Boah ey, ich sehe nichts mehr, alles weiß, Blink-Grenate ist ein, fuck. Komm, verpiss dich wirklich, ganz im Ernst, verpiss dich da vorne. Die Nerven übel, ne? Boah shit, ich, hey komm, ich war schon wieder hinter der Wand. Ja, meine Ping ist, fuck, bei 17 Sek, äh Millisekunden. Nightfall hat eine Ping von 80. Ist das die höchste? Was Ping angeht? Ja. Nein, glaub ich nicht. Oh shit, Blink-Grenate, Blink-Grenate, ich sehe nichts mehr. Oh fuck, gerade als ich drauf gedrückt habe, seid ihr beiden drauf gegangen. Oh, Teams Auto-Balancing shortly, mal wieder. Mal wieder, okay. Ja, ich kann ja nicht ins andere, also ins schlechtere Team kommen. Bin ich ja schon. Nein, ich kann sehr wohl ins schlechtere kommen. Schau mal da unten die Punktzahl an. Ja. Boah, ich weiß noch nicht mal auf was ich schieße, ey. Ich auch nicht. Ich habe auch gerade überhaupt so gar kein Leben. So gar kein Leben, so wie ein echter Mann. Ja. Boah, ne. Komm mir doch auf. Da kommt einer durch. Ey, ne, dass ich den nicht töte. Ich weiß nicht warum, warum ich so schlecht bin. Ich brauche viel zu lange, um das zu registrieren, habe ich so das Gefühl. Nein, ich möchte eine Kill-Hilfe. Okay, da ist einer wieder. Weißt du, ich werfe ne... Ich werfe ne... Ich werfe ne Feuergranate rein, also Brandgranate. Und... Die soll eigentlich beim Gegner landen und... Der eigene Mitspieler geht einen Schritt nach rechts, ja... Die geht gegen den, gegen die Schulter, und... Dann war's das auch mit meiner Kamate. Boah, schön. Einfach zu viel. Junge, Junge, Junge. Los hier! also ich sehe ihn halt nie sehen ihr uns eigentlich da aus dem Rauch oder ballern die auch immer noch rein das weiß ich nicht oh da kommt einer da ist einer gewesen ah ich hab schon wieder gestorben das ist unglaublich aus dem Ziel das sind wir doch gerade es merkt echt keiner dass die T einnehmen die sind halt so voll versteift auf das Teil so Lohler 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 das ist 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 wieder von hinten er meine kd 4 zu 11 so auch nicht schlechter du mal so als auch nicht so schlecht so mann die stehen alle bei c jetzt sie sind da die sind sie da gut bemerkt ich wurde umgebracht ich weiß nicht mal wo der herkam aber da ist wieder einer durch gebrochen der ist jetzt auf dem weg zu auch geht es dort einfach immer granaten immer granaten rein dort das ist der unangenehm hier an der stelle nicht gut der typ hat einen bogen ja ich weiß gibt es auch ich brauche so viel zu lange ich habe zumindest noch getötet ich habe zumindest noch getötet mich zwar auch aber egal die wir gewinnen ja ja gewonnen gewonnen es ist so gut es liegt halt doch an uns ja natürlich ah, Squats bleiben zusammen, Teams werden auch verändert ah ok ne ich hab ein 5000er Rippen bekommen, ist auch nicht so schlecht ich hab 7 zu 6 7 zu 12 ja komm ich mein das war jetzt nicht so schlecht das ist oberes Mittelmaß